Musik Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute beantworte ich eure Fragen. Und ich würde einfach mal sagen, beginnen wir halt. Die erste Frage ist, was für ein Handy hast du? Wie man sieht, ein Samsung Galaxy J7 ist aber nicht meins. Ich hab ein J5. Jo. So. Zweite Frage. Dein Lieblingsessen. Das habe ich wahrscheinlich schon einmal für bekannt gegeben, weiß ich nicht. Genau. Aber Königs wäre, glaubst du, den meisten Kindern wahrscheinlich nicht. Ist aber lecker. Okay, warte. Nächste Frage. Erstmal schön suchen. Okay, ich muss erstmal weitersuchen. Die nächste Frage lautet jetzt, wie alt bist du? Okay. Also, die Frage habe ich, denke ich, schon beantwortet einmal. Ich bin elf Jahre alt. Und, ja, ich bin elf. Die nächste Frage, die nächste Frage ist, dein Lieblings-Youtuber, alias YouTuberin. Hm. Schwierig. Ich habe eigentlich so keinen liebigen YouTuber. Eigentlich nicht. Nur, den einzelnen YouTuber, den ich auch in echt kenne. Der Gangster in der Haus und wir sind super Freunde, aber das war's. Sonst habe ich gleich gesehen, ey, ich sag mal, er ist mein Lieblings-Youtuber. Keine Ahnung. Die nächste Frage. Hab ich Haustiere? Ja, Habi. Die meisten wissen es ja wahrscheinlich. Ein Hamster. Habi. Warte mal kurz, ich hole ihn mal. Boah. Ne. Boah. Hier ist er. Wie. Ui. Habt ihr eine süße Haare. Ging so gut an. Mhm. Sag mal zu den Leuten was, Habi. Okay. Ich bin der Hörbi. Also, ich bin ein bisschen alt alt ein Jahr. Und ich esse gerne Joghurt-Ropsel. Die sind super lecker. Habt ihr gut gehen? Weiß ich nicht. Findest du die lecker, Habi? Weil die sind jo lecker. Aber wenn du meinst. Oh mein Gott, Leute. Die nächste Frage ist richtig schwer. Kann man auch nicht so sagen. Das ist eine komische Frage über Star Wars. Und zwar. Wer ist dein Lieblingscharakter von Star Wars? Allgemein von Star Wars. Mein Lieblingscharakter von Star Wars. Ich muss sagen. Luke. Ich weiß nicht. Ich sag einfach mal Luke. Oh mein Gott, Leute. Die nächste Frage ist einfach mal. Dein Lieblingssport. Du musst so sagen. Fußball. Mein Lieblingsgetränk. Mein Lieblingsgetränk. Hm. Da finde ich eigentlich keine Antwort. Das viel ist lecker. Auch Wasser kann lecker sein mit Geschmack. Alles kann lecker sein. Oh, endlich hab ich die nächste Frage gefunden. Geh doch. Die nächste Frage lautet. Nein. Oh mein Gott. Die soll ich jetzt finden. Die Antwort darauf. Mein Gott. Wie soll ich eine Antwort darauf finden? Wie lange muss ich da überlegen? Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ungefunden habe, die Antwort. Aber Leute, die nächste Frage ist nämlich. Die meisten vielleicht kennen wahrscheinlich Marvel und DC. Und diese Frage hier hieß gerade. Dein Lieblingsmarvel und dein Lieblings-DC-Superheld. Oder Bewichte. Oh mein Gott. Ich würd mal sagen so von DC. Ich sag einfach mal drei. DC, Superman, Batman, Wonder Woman und Flash und so auch. Wie ein Justice League-Superfilm. Marvel, Marvel, Hulk, weil man ja schon reich ist, Milliardär und ich weiß was, was ich Find kann. Ja, alle gut. Vielleicht ist mir die nächste Frage rum. Ein Lieblingsspiel im Moment. Auf dem Handy oder Playlist steht da jetzt nicht. Ich nehme einfach jetzt mal ein Handyspiel. Keine Ahnung. Ein Lieblingshandyspiel. Ich glaube, im Moment FIFA Mobile. Ja. Ah ja. Ich packe euch mal nicht in die Videobeschreibung. Aber falls ihr auf FIFA Mobile steht, guckt euch auf jeden Fall den YouTuber Pextrader an. Der macht gar nicht FIFA Mobile Videos. Ich packe einfach mal seinen Namen in die Videobeschreibung. Vielleicht mal gucken. Wollen wir sehen. Okay, Leute. Letzte Frage. Das ist die gleiche wie vorhin. Wie alt bist du? Ach so, dann ist es die gleiche von vorhin von dem gleichen schrieben. Also, Leute. Die letzte Frage. Wie guckt man nach? Hat sich jemandem Spaß erlaubt? Die letzte Frage hieß Wo wohnt du? Das sage ich nicht. Ich sage, ich wohne in Deutschland. Mehr sage ich nicht. Also, Leute. Falls ihr mir auch Fragen schicken wollt, ich erstelle mir. Schreibt auf jeden Fall dann in die Kommentare eure Fragen. Und, falls ihr wollt, dass ich euch grüße in meinen Videos. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und schreibt einen Kommentar. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben. Oder, ne. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben und mich abonnieren. Das könnt ihr auch kostenlos tun. Und dann werdet ihr vielleicht begrüßt. Ich werde jedes Video nämlich drei Leute grüßen. Haut rein. Oder lasst auch ein Like da. Auf jeden Fall. Alle Daumen hoch. Ich blende jetzt auch gleich die Daumen hoch ein. Daumen hoch. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und das war's. Was ist das von hinten? Mein Fernseher macht gerade voll die coolen Hintergrund. Wieso kommen so Hintergrundbilder? Nein, Leute. Das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.